Winter Transfer Roundup präsentiert von PaySafeCard. Heute sprechen wir über einen ganz jungen Spieler und große Klubs wollen diese ganz jungen Spieler so früh wie möglich verpflichten, damit sie ihre Entwicklung kontrollieren können. Und der BVB hat das schon häufiger getan, junge Spieler verpflichtet und das machen sie jetzt auch wieder. Die haben nämlich einen 16-Jährigen verpflichtet. Und Filippo Caliste Mane, Italiener, 16 Jahre alt, kommt von Sampdoria Genua, ist schon U17-Nationalspieler, Innenverteidiger, 1,88 groß, Rechtsfuß und Michael Zorc hat das Ganze schon gegenüber der WAZ bestätigt. Die Ruhrnachrichten haben ihn sogar schon auf der Geschäftsstelle heute gespottet, kommt natürlich erstmal für die U19. Und auch der FC Bayern sucht nach jungen Spielern und hat wohl einen gefunden, jetzt nicht mehr ganz so blutjung, 18 Jahre alt, Hyun Yoo Lee, kommt wohl, ist Südkoreaner, der hat mal ein Probetraining bei den Bayern absolviert, hat da überzeugt, soll jetzt erstmal per Laie kommen und dann haben die Bayern natürlich eine Kaufoption.